Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Nach unserem kleinen Ausflug in die Antike nach Troja und in die Lebzeiten von Heinrich Schliemann widmen wir uns in dieser Folge wieder dem Mittelalter. Es ist auch eine 10er Folge wieder, ganz konkret ist es nämlich schon Folge 70 und das heißt, dass Katharina und ich uns wieder ein historisches Ereignis anschauen wollen, zu dem wir glauben, dass noch kein passender Film erschienen ist oder keine entsprechende popkulturelle Verarbeitung. Und ja, bei diesem Mal war ich wieder an der Reihe, mir ein Thema auszusuchen und ich hatte zunächst kein historisches Ereignis als solches im Kopf, sondern eher eine historische Begebenheit. Denn ja, nicht zuletzt aufgrund meiner bunt illustrierten Kinderbücher war ich immer ein großer Fan von Belagerungen und war entsprechend immer ein wenig enttäuscht, dass diese in Filmen und auch Serien eher so mäßig daherkommen. Also Königreich der Himmel bildet zwar sicherlich eine Ausnahme, wo das Ganze auch recht spektakulär umgesetzt wird, aber wenn man mal so überlegt, gibt es eigentlich keinen Film, keine Serie oder ähnliches, das sich von und ganz einer Belagerung widmet. Und dabei finde zumindestens ich, dass dieser Typus der Kriegsführung doch sehr, sehr viel Inhalt bieten würde, um daraus eine entsprechende mediale Verarbeitung zu machen. Wir haben natürlich den sicherlich Special Effects reifen Einsatz von Belagerungsmaschinen. Es kann zu vielen Dramen kommen, wenn die Versorgung auf beiden Seiten der Mauer ausgeht. Wir haben viele persönliche Einzelschicksale und natürlich immer auch die Hoffnung seitens der Belagerer natürlich, die Mauern eines Tages dann doch zu erklimmen oder dass die Garnison sich ergibt und seitens der Belagerten die Hoffnung, dass doch noch ein Entsatz herkommt und quasi für die Befreiung sorgt. Also das nur mal als einen ersten Aufschlag, was alles an dramaturgischen Elementen in so einer Belagerung stattfinden kann. Wir wollen das Ganze heute aber auch an ein konkretes Ereignis koppeln, werden in dem Rahmen auch ganz grundlegend über Belagerungen im Mittelalter sprechen. Und um nicht allzu lange weiter um den heißen Brei herumzureden, darf ich enthüllen, dass wir uns heute mit der Belagerung von Chateau Gaillard 1203 bis 1204 auseinandersetzen werden. Dem ein oder anderen unserer ZuhörerInnen wird diese Belagerung oder diese Burg vor allen Dingen schon bekannt sein. Wir haben uns in einer unserer ersten Folgen ja schon mit Dokumentationen im Fernsehen auseinandergesetzt und in diesem Kontext auch die ZDF-Doku zur Superburg von Richard Löwenherz analysiert. Und diese Superburg von Richard Löwenherz ist eben Chateau Gaillard heute in Frankreich gelegen. Und ja, wir wollen auch direkt mit der Burg selbst einsteigen. Und da wird, glaube ich, schon ein wenig mehr klar, warum es denn sich um eine Superburg handeln könnte und warum sie auch würdig ist, hier genannt zu werden, beziehungsweise überhaupt fähig war, einer so langen Belagerung standzuhalten. Bevor wir uns also im Weiteren auch mit ein paar Persönlichkeiten, die im Zuge dieser Belagerung wichtig sind, beschäftigen wollen, schauen wir uns erst mal an, wie diese Burg überhaupt aufgebaut ist und wo sie liegt. Und wir befinden uns dementsprechend in der Normandie, in Vex-Saint-Normand, das ist im Nordwesten von Frankreich gelegen, etwa 44 Kilometer von Rouen und 100 Kilometer von Paris entfernt. Das Ganze ist sehr nahe einer Kleinstadt namens Les Andelis, das war früher Petit-Andelis und Grand-Andelis, getrennt durch den Fluss Seine. Die Burg selbst, oder Chateau Gaillard auf Französisch, liegt auf einem Kalkfelsen oberhalb einer Schleife der Seine, also ziemlich gut gelegen. Erhöhtes Terrain ist immer gut, um den Überblick zu behalten. Und diese Burg wird eben Superburg genannt, weil sie nicht einfach nur aus einer Mauer und ein paar Türmen besteht, sondern sie ist den Kreuzfahrerburgen aus Palästina nachempfunden. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, dann findet ihr zum Beispiel in Wales noch Burgen, die ähnlich aussehen, die Edward I. bauen hat lassen, und zwar zum Beispiel Kerlion oder Harlech. Aber ihr könnt auch in Syrien noch so eine Burg finden, und zwar den Crac de Chevalier, also die Zitadelle der Ritter, die Festung der Ritter, zu deutsch. Wie sieht jetzt also so eine Kreuzfahrerburg aus dem heutigen Syrien aus? Also wir finden hier eine Mischung aus europäischen Stilen, byzantinischen Stilen, armenisch und arabischen Stilvarianten. Also ein buntes Zusammenspiel aller Einflüsse, die man eben in dieser Gegend haben kann, ausgehend natürlich von den Leuten, die daran beteiligt sind, Bau am Entwurf, wie auch immer. Rein optisch setzt sich das Ganze zusammen aus einer Vorburg und einer Hauptburg, aus mehreren Vorposten, aus Motten und Gräben. Und für diejenigen, die jetzt in Belagerungstechniken und Festungen nicht so ganz bewandert sind, Motten sind Turmhügelburgen zu deutsch und sind meist aus Holz gefertigte, auf einen Erdhügel gestellte, ja, turmartige Gebäude. Die können auch aus Stein sein, aber tendenziell eher aus Holz gefertigt. Und das ganze Szenario ist auch noch umgeben eben von dem Tal zwischen Petit-Andélie und Grand-Andélie, wo sich ein Sumpfgebiet befindet. Wir haben eine Insel im Fluss, die befestigt ist, über den Ketten gespannt waren, also man konnte dort nicht einfach so durchfahren. Es gab auch noch Holzpfosten im Wasser, die also eine Durchfahrt von Schiffen eher verhindert haben. Also hier war man ziemlich gut aufgestellt. Damit hat Katharina auch schon das große Verteidigungssystem von Chateau Gaillard aufgezeigt, was hier in der Normandie auch dann natürlich dazu gedient hat, nicht einfach nur einen Festungsbau darzustellen, sondern auch wirklich eine Gegend zu kontrollieren. Und ich finde, das ist etwas, was heutzutage immer auch ein wenig verloren geht. Wenn man sich zu Ruinen anschaut, dann denkt man sich, ja, okay, diese Burg hat vermeintlich das Tal kontrolliert und man denkt sich so, ja, aber ich kann doch einfach durchs Tal laufen, bin vermutlich dann immer noch zwei, drei, vier Kilometer von der Burg entfernt. Was soll mir denn diese Burg jetzt da groß anhaben? Und jetzt an dieser Rekonstruktion von Chateau Gaillard und seiner weitergehenden Befestigungsanlage oder Verteidigungsanlage wird dann auch klar, dass das hier durchaus darauf ausgelegt war, das ganze Tal zu kontrollieren und die eigentliche Burg so gesehen nur den Ausgangspunkt oder den Rückzugsort auch der Verteidiger und der Garnisonskräfte gebildet hat. Und wenn man jetzt zwar es geschafft hätte, diese Verteidigungsanlagen im Tal zu beseitigen, hätte man nach modernem Verständnis vielleicht schon einfach an der Burg vorbeigehen können, aber man lief natürlich immer Gefahr, dann, dass einem in den Rücken gefallen wird, eben durch die Garnison, die selbst noch in der Burg einquartiert war. Also insofern war es schon nötig, dass man, wenn man dieses Tal kontrollieren wollte, die Burg selbst eroberte. Und du hast schon erwähnt, die Burg selbst gliedert sich in eine Vorburg, die aus fünf Runden bzw. halbrunden Türmen besteht und auf der Südseite der Burganlage angeordnet ist und der Hauptburg. Die Hauptburg wiederum schließt sich dann offensichtlich an die Vorburg an, besteht selbst wieder aus mehreren Rundtürmen samt der dazugehörigen Mauer und umschließt jetzt weite Teile dieses Kalkfelsenplateaus. Die Hauptburg selbst gliedert sich aber noch in weitere Unterdistrikte. So hat sie noch eine innere Burg, die quasi einen weiteren Mauerring innerhalb dieser Hauptburg bildet und dazu noch einen Burgfried, also einen hohen Turm, einen Hauptturm, der nochmal in der Mitte der inneren Burg steht. Diese ganze Konstruktion diente nicht zuletzt auch dazu, dass vor allen Dingen jetzt hier die innere Burg und auch der Bergfried nicht einfach von Belagerungsmaschinen torpediert bzw. beschossen werden konnte, sondern da diente auch schon der Mauerwall der Hauptburg quasi als ein Abfangschirm. Wir sehen also, dass die Burg als solches sehr mehrstufig aufgebaut war und so die Verteidiger bei einer möglichen Belagerung immer wieder die Möglichkeit hatten, sich in den nächsten Verteidigungsring zurückzuziehen. Popkulturell sehr beliebt und bekannt ist dann natürlich beispielsweise auch die Belagerung in Herr der Ringe, also sowohl Helms Klamm als auch Minas Tiret dann im dritten Teil. Man lässt den äußeren Verteidigungswall fallen, zieht sich dann in die Burg zurück, zieht sich dann wiederum in die innere Burg zurück etc. etc. Also ihr kennt das Prinzip. Warum Chateau Gajano eine super Burg war, war nicht einfach nur diese mehrstufige Aufteilung, sondern auch noch einige Details, auf die wir jetzt im Weiteren auch noch kurz zu sprechen kommen werden und die dann auch stark beeinflusst waren in Teilen von den Kreuzfahrerburgen, die Katharina schon angesprochen hatte. Zu diesen Besonderheiten gehört sicherlich unter anderem eine spornartige Mauer an der Basis des Bergfrieds. Also quasi in die Hauptrichtung, von der man Angriffe erwarten konnte, also ins Innere von dieser letzten Verteidigungsmauer hinein, hat man es den Angreifern durch so eine Art Dreieck in der Mauer nochmal erschwert, überhaupt Fläche zu haben, an der man sich hochziehen konnte. Dann hatte man außerdem von oben noch einiges zu befürchten, denn die oberen Mauern hatten nicht nur einen Wehrgang, sondern daran außen angeschlossen auch noch sogenannte Wurf- oder Gussöffnungen, also die sogenannten Maschikuli, was eine ziemliche Neuerung in Europa war. Also das hat man wirklich von den Kreuzfahrerburgen hier übernommen. Das hat eine Senkrechtverteidigung erlaubt. Ihr kennt vielleicht die sogenannten Pechnasen, die eher schräg nach außen verlaufen und hier geht es wirklich direkt senkrecht runter und nicht nur mal ein so ein Loch an einer Mauer, sondern ein ganzer Kranz von Wurflöchern. Der Vorteil von diesen Wurflöchern, die eben senkrecht nach unten verlaufen, ist, dass man ja von vorne total geschützt ist gegen feindliche Wurfgeschosse, in welcher Form auch immer gegen Pfeilhagel etc. Und die ganze Burg beziehungsweise die einzelnen Türme waren auch noch auf Böschungen errichtet. Das ist auch noch eine Neuerung, die man bei diesen Kreuzfahrerburgen eben findet, was es den Angreifern auch noch mal erschwert, hier irgendwie Halt zu finden. Ja, diese Böschungen sind nämlich nicht einfach nur aufgeschüttete Erdhügel, sondern es handelte sich tatsächlich um steinernde Konstruktionen, die in Form von Böschungen eben noch an den Fundamenten der Mauern als auch der Türme noch mal zusätzlich angebracht waren. Das verlieh diesen nicht nur zusätzliche Stabilität, sondern dadurch, dass quasi dann vor der Mauer beziehungsweise also vor dem Turm noch dieser Böschungsabgang einige Meter vorragte, erschwerte man es den Angreifern, wie du schon sagtest, Halt zu finden, ihre Sturmleitern zu installieren und auch die bekannten Belagerungstürme, die dann ja häufig noch mit oben so einer Zugbrücke ausgestattet waren, hatten dann Probleme nah genug an die Mauer heranzufahren, um eben diese Zugbrücke herabzulassen und dann den Zugang zum eigentlichen Wehrgang zu gewähren. Entsprechend lässt sich auch hier tatsächlich beobachten, dass nachdem diese Böschungen hier in Europa erstmals oder mit zu den ersten Malen aufkommen, dass die Belagerungstürme, nachdem sich das im weiteren Europa weiter verbreitet, ja doch zusehends an Attraktivität verlieren und weit weniger auftauchen. Zu erwähnen ist sicherlich auch noch, dass zwischen den einzelnen Mauerringen, von denen wir schon berichtet haben, noch mal in den Fels getriebene Gräben zu finden waren. Also hier wurde ein zusätzliches Hindernis geschaffen. Das als solches ist jetzt noch nicht sonderlich innovativ, aber wir können zumindest bei der inneren Burg auch noch beobachten, dass die Mauer dieser inneren Burg sich aus ganz vielen aneinandergereihten Halbkreisen zusammensetzte. Also ihr dürft euch das nicht als eine plane Fläche vorstellen, wie man auch heutzutage noch gemauerte Mauern kennt, sondern dass hier wirklich ein Halbkreis an den anderen gereiht wurde und ihr könnt euch sicherlich schon auch denken, welchen Vorteil das bot. Also zum einen schuf das wieder eine höhere Stabilität, beziehungsweise konnte so der Einschlag von Belagerungsgeschossen besser vom Mauerwerk absorbiert werden. Und dann haben wir natürlich auch in diesem Mauerwerk die sogenannten Schießscharten, also kleine Öffnungen, von denen aus die Verteidiger die Angreifer unter Beschuss nehmen konnten, während sie selbst relativ gut geschützt waren. Und durch diese halbkreisförmige Anordnung hatte man dann auch keinen toten Winkel, sondern konnte recht gut eigentlich das gesamte Feld vor der jeweiligen Mauer überblicken. Hinzu kommt, dass das Torhaus der inneren Burg noch von zwei Türmen flankiert wurde. Und das klingt jetzt auf, ja das klingt jetzt aufs erste vielleicht auch noch nicht so spektakulär, aber da muss man auch hier festhalten, dass das hier eine der ersten Burgen war, die mit diesen Flankiertürmen ausgestattet wurde, weil zusehends ein Augenmerk auch auf die Verteidigung des Tores gelegt wurde. Und auch hier so die Möglichkeit bestand, tote Winkel auszuräumen, beziehungsweise das Tor als solches generell besser zu verteidigen. Ein letztes noch zum Aufbau der Burg. Das ist natürlich akustisch immer etwas schwerer zu beschreiben, als es sich einfach anzuschauen. Wir hoffen nichtsdestotrotz, dass wir euch hier schon mal einen guten Einblick in die verschiedenen Features der Burg gegeben haben. Wenn ihr euch aber weiter mal mit dem Aufbau von Chateau Gaillard beschäftigen wollt, dann geben wir euch in den Shownotes einen Link mit, wo ihr auf VirtuHall ein 3D-Modell der Burg besichtigen könnt. Das ist relativ detailliert ausgearbeitet, hat nur in Anführungsstrichen einen Nachteil, dass hier nicht die Maschikulis als ein steinerner Kranz an die Mauern, gesetzt wurde, sondern die sogenannten hölzernen Hurden hier installiert wurden. Also diese typische Holzdachverkleidung, die ihr auch von heute noch existierenden städtischen Befestigungen oder Stadtmauern kennt. Genau, das hat man eigentlich zwei in der Zeit auch noch verwendet, weil die Maschikulis recht teuer zu installieren waren als Steinbauten. Aber man geht bei Chateau Gaillard eher davon aus, dass hier nicht die hölzernen Hurden zum Einsatz kamen. Nachdem wir jetzt aufgezeigt haben, wie die Burg aussieht, wollen wir uns natürlich auch dem historischen Kontext widmen, in dem sie entstanden ist. Das ein oder andere war ja auch schon zu hören, wo einzelne ihrer Bauelemente herkommen, aber das beantwortet natürlich noch nicht vollständig die Frage nach dem historischen Kontext. Auch hier haben wir es wieder mit einem Konflikt zwischen England und Frankreich zu tun, den wir ja in einer späteren Phase auch bereits in unserer Folge zum 100-jährigen Krieg näher unter die Lupe genommen haben, der uns auch schon in unserer Folge zu Kaiserin Mathilda von England begleitet hat. Hier stehen sich aber nun Richard Löwenherz zunächst und Philipp II. von Frankreich gegenüber, die sich natürlich gegenseitig in der Weise bekriegen, dass sie ihre Machtsphären ausweiten wollen. Bevor sie dazu allerdings kommen, sie beide besteigen den Thron im späten 12. Jahrhundert, müssen die beiden in Anführungsstrichen müssen, sie werden vom Papst dazu aufgefordert, auf den dritten Kreuzzug gehen. Und gerade mit Richard Löwenherz ist dieser dritte Kreuzzug ja auch durchaus ins allgemeine Gedächtnis übergegangen. Sein Umgang mit Saladin ist ja durchaus berühmt, da er nicht einfach die bösen Heiden bekämpft, sondern hier mit Saladin auch in ernsthafte Verhandlungen tritt, beziehungsweise eine gewisse Anerkennung, eine gewisse gegenseitige Anerkennung wohl vorgeherrscht hat, ohne das jetzt an dieser Stelle allzu sehr romantisieren zu wollen. Auf diesem dritten Kreuzzug, davon ist auszugehen, hat Richard Löwenherz auch viele der Bautechniken kennengelernt, die er dann später bei Chateau Gaillard verwenden lässt, beziehungsweise betrifft das natürlich nicht nur ihn, sondern sein gesamtes Gefolge, was sich im Weiteren natürlich auch dann hier mit dem Bau der Burg beschäftigen wird, so dass insgesamt von einem Wissenstransfer zu sprechen ist. Philipp von Frankreich kehrt innerhalb dieses Kreuzzuges nun unter einem Vorwand früher zurück und nachdem natürlich vorab schon einige Konfrontationen zwischen Philipp und Richard Löwenherz stattgefunden haben, befürchtet Richard an dieser Stelle, dass Philipp, nachdem er früher wieder in Europa ist, natürlich die Gelegenheit nutzt und auf die englischen Besitztümer in der Normandie losschlägt. Entsprechend lässt er sich von Philipp einen Schwur auf das Evangelium geben, dass er eben nicht gegen Richards Besitzungen zieht. Gleichzeitig ordnet Richard Löwenherz aber wohl auch an, dass er einem Bankier in Pisa anweist, den Sollt für seine Grenztruppen in Frankreich zu erhöhen. Also hier ist durchaus davon auszugehen, dass er mit einem Angriff rechnete. Womit er nicht rechnete, ist dann sicherlich seine Gefangennahme auf der Rückkehr aus dem Heiligen Land. Hier wird er ja im Dezember 1193 in Österreich gefangen gesetzt und ist dann letztendlich Geisel des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Otto IV. Philipp II. von Frankreich nutzt nun natürlich die Gefangennahme Richards und bricht so gesehen seinen Schwur. Bin mir nicht ganz sicher, wie der genaue Wortlaut war. Also vielleicht ist der Schwur insofern aufgehoben, da Richard nicht mehr im Heiligen Land weilt. Aber es kommt eben zu Überfällen und Angriffen französischer Truppen in die englischen Gebiete der Normandie und Aquitaniens. Und nach seiner Freilassung gelingt es Richard allerdings, den Kampf mit Philipp aufzunehmen und hier zunächst bis 1199 die Oberhand zu gewinnen. In dieser Zeit beginnt er aber auch bereits mit dem Ausbau seiner Grenzenbefestigungen und in diesem Zuge ist dann auch der Bau von Chateau Gaillard zu verorten. Das Ganze geschieht binnen kürzester Zeit. Also es heißt, dass die Burg hier innerhalb eines Jahres mehr oder weniger hochgezogen wurde. Und ganz interessant ist auch noch, dass eine Befestigung dieser Grenzgebiete eigentlich in einem zwischenzeitlich geschmiedeten Friedensvertrag zwischen Philipp und Richard verboten gewesen wäre. Aber ja, man scheint es hier generell nicht so ganz genau mit Schwüren und Verträgen zu nehmen. Richard selbst hat von dem Bau dieser Burg nicht mehr allzu viel. Er stirbt 1199 und ihm folgt schließlich sein jüngerer Bruder, der sogenannte Johann Ohneland, auf den Thron, der zunächst auch einen Frieden mit Frankreich aushandeln kann. Doch der hält nicht allzu lange und so kommt es 1202 dazu, dass Philipp, der Zweite von Frankreich, losschlägt und mit seinen Truppen Genn-Normandie zieht. Bevor wir uns jetzt aber ausführlicher mit der Belagerung als solcher auseinandersetzen wollen, gilt es hier auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick auf die dramatis persone zu werfen und auch so ein Bild davon zu bekommen, ja, was die Motivationen der beteiligten Personen eigentlich sind und in welchem Zusammenspiel hier sie miteinander agiert haben könnten. Genau, wir machen jetzt quasi den filmischen Kunstgriff und verlagern uns von der aufziehenden Belagerung von Chateau Gaillard nochmal einige Jahre zurück und widmen uns hier den durchaus zahlreichen Konflikten der einzelnen beteiligten Personen. Wir fangen mal mit der englischen Seite an und wir müssen hier eigentlich sogar noch eine Generation zurückgehen. Ihr habt jetzt Richard Löwenherz schon öfter gehört, aber eigentlich fängt alles schon mit Heinrich dem Zweiten, Henry Plantagenet an, der sich übrigens auch als erster König von England und nicht mehr König der Angeln nennt. Und er ist außerdem eben auch der Fitz Empress, also der Sohn von Kaiserin Mathilda, das könnt ihr ja über unseren Kanal nachhören. Und Heinrich der Zweite heiratet Eleonore von Aquitanien, die sicherlich popkulturell zu den, wenn nicht sogar der bekanntesten mittelalterlichen Fürstin zählt. Wir wollen uns jetzt aber gar nicht so sehr mit Eleonore beschäftigen, sondern eher dann mit ihren Kindern, mit denen es schon relativ früh zu Konflikten kommt. Also Heinrich der Zweite beschließt seine Besitzungen schon in den 1160er, unter seinen vier Söhnen aufzuteilen. Das heißt konkret, der erste Sohn, eigentlich der Thronerbe, Heinrich der Jüngere, bekommt das englisch-normannische Reich und Anshu zugesprochen, Richard Löwenherz Aquitanien, Gottfried die Bretagne und Johann, der später Johann Ohneland genannt wird, bekommt eine Grafschaft und die irischen Gebiete. Diese Aufteilung ist nur eine auf dem Papier, also nur die Titel. Heinrich will seine Macht hier nicht hergeben und das Ganze endet mit einer Rebellion der Söhne, der sich eben dann auch Eleonore anschließt, sowie der französische König Philipp der Zweite, einige weitere französische Fürsten und Wilhelm der Löwe, der schottische König und auch William Marshall, der später noch eine Rolle spielen wird. Heinrich der Jüngere und Gottfried sterben im Zuge dieser Auseinandersetzungen, Eleonore gerät in Haft und es kommt zur Scheidung von ihrem Mann. Es gibt dann einige Jahre Ruhe und relativ zügig aber auch schon wieder eine neue Rebellion, die diesmal Richard anzettelt und hier wieder Philipp den Zweiten mit ins Boot holt. Er besiegt 1189 seinen Vater und auch William Marshall, der jetzt auf Seiten von Heinrich dem Zweiten kämpft. Es endet damit, dass er Richard als alleinigen Erben anerkennen muss, bevor er zwei Tage später schon verstirbt. Wie Marvin schon angesprochen hat, kommt es dann zu einer Ruhephase, in der auch der dritte Kreuzzug stattfindet. Allerdings ist nach der Rückkehr von Richard 1194 ziemlich schnell der Ausbau eben dann der Normandie in seinen Blick geraten und in dieser Zeit beginnt auch schon der sozusagen Putschversuch von Johann Ohneland gegen seinen Bruder. Darauf werde ich gleich auch noch mal immer wieder zurückkommen. Aber wir wollen uns natürlich nicht nur mit den Engländern beschäftigen, sondern natürlich auch mit den Franzosen, genauer gesagt hier mit Philipp dem Zweiten. Und wer sich bisher gefragt hat, ob denn außer Eleonore und Mathilde auch noch weitere Frauen hier eine Rolle spielen? Ja, durchaus. Sie kommen jetzt allerdings eher in sehr kleinen Nebenrollen. 1193 will Philipp nämlich die dänische Prinzessin Ingeborg, das ist die Schwester des Dänenkönigs Knut VI. heiraten, um ein Bündnis gegen Richard herbeizuführen. Allerdings fällt ihm schon einen Tag nach der Hochzeit auf, dass er seine Braut gar nicht so hübsch findet, um genau zu sein, fand er sie offensichtlich abstoßend und möchte direkt wieder die Scheidung, der Ingeborg allerdings nicht zustimmt. Und ja, Philipp lässt das ziemlich kalt. Er interessiert sich trotzdem für die deutsche Adlige Agnes Maria von Andexmeranien. Und ja, im Zuge dessen kommt das dann zur Bigamie, die der Papst Innozenz III. natürlich nicht akzeptieren kann. Er verhängt 1198 ein sogenanntes Interdikt über Frankreich, was dann den Handlungsspielraum für Philipp in seinem Königreich sehr stark einschränkt und außerdem dazu führt, dass Philipp die Unterstützung im eigenen Reich zunehmend verliert, weil natürlich die hauptsächlichen Unterstützer seiner Position größtenteils zum Klerus gehören. Durch diese Heiratsgeschichte wird Philipp dann überhaupt zu einem Frieden mit Johann angestiftet, beziehungsweise er ist dann überhaupt bereit, diesen Frieden anzuerkennen, auch weil Johann ihm einige Gebiete in der Normandie abtritt und ihn außerdem als Oberlehensherrn anerkennt. Währenddessen in England. Wir wechseln jetzt also nochmal die Perspektive. Um 1200 heiratet Johann ohne Land Isabella von Angoulême. Und auch diese Hochzeit ist nicht ohne Probleme, denn Isabella ist eigentlich schon dem Grafen Hugo X von Lusignan versprochen. Und der findet das alles andere als witzig und legt jetzt Beschwerde ein. Das Problem ist, eigentlich ist von Hugo Johann selbst der Lehensherr und damit auch derjenige, der für die Beschwerde zuständig wäre. Also was macht er? Er wendet sich direkt an König Philipp, der ja wiederum der Lehensherr von Johann ist. Es kommt also zum Prozess und ja, langes Hin und Her, bei dem Johann auch nicht bereit ist zu erscheinen. Es kommt zum neuerlichen Krieg zwischen den beiden Parteien, der nun nicht mehr als Eroberungsfeldzug gilt, sondern als Vollstreckung eines ordentlichen Urteils. Also Philipp ist jetzt quasi legitimiert, in die Normandie einzumarschieren und diese Gebiete für sich zu erobern. Abgesehen von diesen beiden Herrschern, Philipp dem Zweiten und Johann ohne Land, gibt es noch zwei niedrere Adlige, die für die Belagerung von Gaillard durchaus noch eine Rolle spielen. Und das sind der schon genannte William Marshall und außerdem auch Roger de Lacy, die hier eine mehr oder weniger tragende Rolle spielen. Also William Marshall ist hier vor allen Dingen deswegen erwähnt, weil er als so der strahlende Ritter dieser Zeit in England immer wieder mal auftaucht. Er ist unter anderem bekannt als Reisewache von Eleonore von Aquitanien, ist hier sozusagen ihr Beschützer, rettet sie auch einmal in Aquitanien aus einer sehr brenzligen Lage, worauf sich dann letztendlich so sein Ruhm gründet und ist dann in der Folge immer wieder als Turnierkämpfer in Frankreich unterwegs und tut also einiges für sein ritterliches Ansehen. Ganz anders Roger de Lacy, er ist einer von den anglo-normanischen Baronin, er ist eher mäßig in der adeligen Welt etabliert, also sehr weit entfernt verwandt mit Personen, die man vielleicht schon mal gehört hat, unter anderem mit William de Mandeville, das ist der Earl of Essex oder Robert der Zweite de Lacy, Lord of Pontefract. Das sind allerdings eher, ja, randständige Personen. Auf jeden Fall ist er aber der Kommandant der Garnison auf Chateau Gaillard und hier im Dienst für Johann Ohneland tätig. Sein Vater wiederum war mit Richard Löwenherz beim dritten Kreuzzug unterwegs und ist hier also auch gefallen. Dass Roger de Lacy für Johann Ohneland hier auf Gaillard sein Leben aufs Spiel setzt, ist durchaus etwas ungewöhnlich, weil er vorher nicht immer einverstanden war mit den Aktionen, die Johann verübt. Roger de Lacy erbt nämlich das Amt des Constables von Chester und William Longchamp, ist der Kanzler und Regent in Abwesenheit von Richard, überträgt ihm auch die Verwaltung von Tickhill und Nottingham Castle. Und ich habe schon erwähnt, Johann Ohneland versucht, während der Abwesenheit seines großen Bruders die Regentschaft für sich zu erwerben und zu übernehmen. Und die Rebellion, die er hier anzettelt, führt dazu, dass zwei Ritter auf den Burgen, für die Roger de Lacy die Verantwortung trägt, versuchen, diese für Johann zu übernehmen und die werden dann eben gehängt. Das bleibt nicht ohne Folge für de Lacy, denn Johann rächt sich an ihm, indem er seine Ländereien plündern lässt. Also es gibt hier so einen Zug, einen Gegenzug, die zwei, ja, sind sich eigentlich spinnefeind und trotzdem steht am Ende Roger de Lacy an der Spitze der Garnison von Chateau Gaillard. Dieser Dienst bleibt auch nicht ohne Folgen und die sind in diesem Fall sehr positiv für Roger de Lacy, denn er wird Sheriff von Yorkshire und Cumberland für seine Verdienste, obwohl die Belagerung nicht ganz so gut für die Engländer ausgeht. Er bleibt Johann auch in den späteren Rebellionen der Barone von England treu, also auch im Zuge der Magna Carta und der ganzen Konflikte, die eben zu dieser Unterzeichnung führen, bleibt er immer auf Seiten von Johann Ohneland. Auch der schon genannte William Marshall bleibt Johann während der Baronenrebellion treu, obwohl er auch davor hin und wieder eigentlich gegen ihn interveniert. Also er unterstützt ihn zwar gegen William Longchamp, der in Abwesenheit von Richard Löwenherz zwischenzeitlich auch die Regentschaft von England für sich komplett beanspruchen will, aber als Johann dann quasi komplett nach der Macht greift, schlägt er sich wieder auf Seiten von Richard. Warum ich William Marshall überhaupt erwähne, hat damit zu tun, dass er 1201, also zwei Jahre bevor Burg Gaillard belagert wird, mit Roger de Lacy unterwegs ist und in der Normandie versucht, die Kontrolle also wieder zu erlangen beziehungsweise Grenzverletzungen zu kontrollieren und hier auch mit 200 Rittern im Gefolge schon die Schläge von Philipp II. zu unterbinden. Ja, da ist mal ganz interessant zu beobachten, dass abseits der ja gerne in Geschichtsbüchern überlieferten politischen Lage die hier beteiligten Personen doch oft persönlicher miteinander verstrickt waren, als es auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint und das, was Katharina jetzt schon ausgeführt hat, wird noch ein wenig dadurch garniert, dass eigentlich Philipps Schwester, also des Königs von Frankreich, die ältere Schwester Alice, mit Richard Löwenherz verlobt war, dieser sich allerdings gegen die Verlobung entschieden hat und auf dem Weg in den dritten Kreuzzug dann Berengaria von Navarra, so eine spanische Prinzessin, geheiratet hat und damit endgültig, zumindest aus seiner Warte, mit Frankreich gebrochen hatte, nachdem wir zuvor gehört hatten, dass Philipp II. ja durchaus auch auf Seiten der Söhne von Heinrich II. gekämpft hat, also hier zwischenzeitlich auch mit Richard und mit Johann verbündet gewesen war. Der eigentliche Krieg, der dann 1202 losbricht, wird dann ja letztendlich auch durch Hochzeitsangelegenheiten gerechtfertigt, also das ist natürlich nur ein Anlass, um größere machtpolitische Apparate ins Rollen zu bringen, aber nichtsdestotrotz immer ganz schön diese persönliche Note damit quasi noch mitzubekommen. Philipps Ziel ist es dann, die Vorherrschaft Englands in Frankreich zu brechen, also wir haben jetzt schon viele eigentlich französische Titel, wie das Herzogtum Normandie oder das Herzogtum Aquitanien gehört, die in Frankreich liegen, aber in dieser Zeit zum englischen Einflussgebiet gehören und insgesamt mit dem Königreich England das sogenannte angewinische Reich bilden. Und in diesem Zuge beginnt dann auch die Belagerung von Chateau Gaillard, der Burg, die durchaus auch schon von Zeitgenossen als Schlüssel zur Normandie verstanden wird. Also dieser aufgemachte Claim der Superburg gilt hier nicht nur architektonisch, sondern auch von der Positionierung und Bedeutung innerhalb der Landschaft. Und entsprechend ist Philipp erst dabei, mit seinen französischen Truppen umliegende Befestigungen und Burgen zu erobern, bevor er sich dann im September 1203 endgültig gegen Chateau Gaillard selbst wendet. Er erobert die Befestigung auf der von Katharina schon angesprochenen Insel in der Seine und erobert das Städtchen Petit an Delhi. Er kreist dann schließlich die Burg selbst, die ja auf einem Höhenplateau liegt, ein und errichtet zahlreiche hölzerne Befestigungen. Unter anderem ein Palisadenwall, das soll nicht nur die Burg komplett einschließen, also dass kein, ja letztendlich Material und auch Nachrichtenaustausch mehr stattfinden kann, auch über Einzelkämpfer, die sich vielleicht noch durch die Reihen schleichen. Und dieser Palisadenwall schützt natürlich auch ihn selbst vor Angriffen, weil bei dieser bedeutenden Festung davon auszugehen ist, dass England auch versuchen wird, die Burg mit einer unterstützenden Armee zu retten. Philips Ziel ist es zunächst einmal, die Burg auszuhungern. Also er bereitet sich zwar weitergehend auf einen Angriff vor, aber unternimmt erstmal nichts, sondern hat die Burg, wie gesagt, eingekreist und belässt es erstmal dabei. Diese Aushungerungsstrategie hat ziemlich krasse Folgen, nicht nur für die Garnison in Chateau-Gaillard, sondern auch für die Schutzsuchenden aus Petit-en-Delis. Die haben sich nämlich natürlich hier der Burg zugewendet und haben versucht, hier den Angreifern aus Frankreich zu trotzen. Im Dezember allerdings führt das Ganze dazu, dass die Nahrung immer knapper wird und die Garnison sieht sich gezwungen, die Schutzsuchenden quasi rauszuwerfen, eine nach dem anderen. Und die Belagerer zeigen hier auch erst noch Erbarmen und lassen die passieren. Allerdings beschließen sie dann plötzlich, keinen mehr durchzulassen. Und das hat zur Folge, dass diese vielen Belagerungs-Abwehrungssysteme und die Palisaden den Schutzsuchenden eben zum Verhängnis werden und hier alte Frauen, Kinder, Kranke dazwischen quasi eingesperrt, elendiglich verhungern. Diese hungernden Schutzsuchenden, die zwischen den Verteidigungslinien beider Parteien eingesperrt sind, haben einen französischen Maler dazu veranlasst, diese ganze Szenerie auf einem Historiengemälde festzuhalten, dass im Deutschen, also dessen Titel ungefähr im Deutschen mit die Unnützen oder die hungrigen Mäuler oder Münder wiedergegeben werden könnte. Den entsprechenden Link dazu geben wir euch natürlich auch in die Shownotes. Die Lage auf Chateau-Gaillard spitzt sich also weiter zu und auch der Versuch Englands, jetzt nun dieser Festung zu Hilfe zu kommen, gelingt nicht so ganz. Um aber mal ganz kurz die Zahlenverhältnisse noch aufzuschlüsseln. Also soweit sich das heutzutage überhaupt noch festhalten lässt in konkreten Zahlen, aber es ist davon auszugehen, dass die Garnison selbst wohl nur im niedrigen dreistelligen Bereich anzusiedeln war, wohingegen die französische Armee sicherlich aus mehreren tausend Mann bestand. König Johann von England schickt nun seinerseits eine Armee, die wohl wiederum aus mehreren tausend Mann besteht, teilt sie aber in zwei Streitkräfte auf. Die Landstreitmacht wird von dem besagten William Marshall angeführt, wohingegen die Flussarmee keinen konkret benannten Anführer in den Quellen hat. Also Johann selbst hat sich in dieser Zeit wohl im Herzogtum der Normandie aufgehalten. Ist jetzt nicht sicher, ob er vielleicht diese Flussstreitmacht angeführt hat. In einem etwaigen Film ließe sich das natürlich entsprechend dann trotzdem verarbeiten und integrieren. Zumal ja auch hier in der popkulturellen Aufarbeitung der König Johann oder King John generell auch in den ganzen Robin Hood Verarbeitungen nicht so sonderlich positiv da wegkommt. Und in diesem Fall tatsächlich die Flussstreitmacht dafür sorgt, dass dieser Rettungsversuch von Chateau Gaillard misslingt, denn William Marshall mit seiner Landarmee ist durchaus erfolgreich, kann hier die französischen Truppen zumindestens mal aufmischen und ihnen Verluste beifügen. Allerdings können sich die Franzosen über die von ihnen installierte Schiffsbrücke, über die Seine zurückziehen und dann neu organisieren. Und hier ist jetzt das Problem, warum die Flussstreitmacht versagt hat. Sie war nämlich zu langsam und konnte entsprechend nicht ihren Teil des Plans erfüllen, sodass die Franzosen ein Rückzugsgebiet hatten, sich sammeln konnten und dann wiederum die englische Armee zurückschlagen konnten. Es ist heute davon auszugehen, dass die Flussstreitmacht länger brauchte oder dass ihr Reiseweg letztendlich unterschätzt wurde, weil sie noch mit Material und Proviant für die Garnison von Chateau Gaillard ausgestattet war und entsprechend die Schiffe schwerer beladen waren und auf dem Fluss nur langsamer vorankaben. Der Entsatzversuch scheitert damit jedoch und Philipp scheint nun als französischer König zunehmend die Geduld mit Chateau Gaillard zu verlieren. Also es kommt immer mal wieder dann doch wohl zu kleineren Sturmangriffen, allerdings noch nichts Größeres. Und Roger DeLacy gelingt es eben diese abzuwehren, sodass scheinbar, nachdem auch die Schutzbedürftigen ja vertrieben wurden, es zumindest für die Belagerer erstmal nicht den Anschein hat, dass der Garnison das Proviant ausgehen könnte. Und Proviantprobleme sind auf Seiten der Belagerer, also der Angreifer häufig, genauso ein Problem, weil wenn man durchs Land zieht, kann man zwar immer so die umliegenden Felder und Städte plündern, aber wenn man längere Zeit mit einer so großen Armee, die häufig ein Vielfaches, der eigentlich an dem Ort siedelnde Bevölkerung darstellt, wenn man versucht diese zu versorgen, gerät man schnell an seine Grenzen, so dass er sich dann im Frühjahr 1204 nach bereits mehreren Monaten der Belagerung dafür entscheidet, einen Sturmangriff auf die Burg zu wagen, nachdem er bereits in den Wochen und Monaten zuvor auch Teile eines naheliegenden Hügels hat abtragen lassen, um dort dann auch größere Belagerungsmaschinen zu installieren. Also hier kann man durchaus auch davon ausgehen, dass dadurch, dass sowohl Richard als auch Philipp Kreuzzugserfahrung hatten, hier die sogenannten Trieböcke eingesetzt wurden, also eine noch recht moderne Technologie im westlichen Europa, aber dazu hatten wir euch ja schon Näheres auch in unserer Willeheim-Folge berichtet, denn der Willeheim von Wolfram von Eschenbach ist so einer der ersten schriftlichen Belege für den Einsatz dieser Trieböcke in Mittel- bis Westeuropa. Neben diesen Trieböcken, angenommen es handelt sich bei diesen Geschusswaffen um Trieböcke, bringen die Franzosen unter anderem auch noch mobile Schutzwände und Dächer in Position, das dient nicht zuletzt auch dann dafür, dass sie ja Equipment oder auch Füllmaterial an die Gräben bringen können, denn wir hatten ja schon bei der Beschreibung der Burg festgehalten, dass die jeweiligen Mauerringe von Gräben umgeben sind und um dann entsprechend an die Mauern heranzukommen, muss man überhaupt erstmal die Gräben auffüllen, so dass hier über diese Schutzdächer, die installiert werden oder auch Schutzwände, die jeweiligen französischen Soldaten vor Feindbeschuss von den Mauern geschützt sind und ja Reisig, Erde, Steine, alles mögliche in die Gräben füllen können. Es ist nämlich insoweit auch überliefert, dass die Garnison selbst wohl nicht nur mit Bögen und Armbrüsten hantiert hat, sondern es womöglich auf der Burg selbst auch Belagerungsmaschinen bzw. Geschütze gegeben hat, also von dort wurde natürlich auch kräftig zurückgefeuert. Dieser Angriff erfolgt nun erstmal natürlich zwangsweise auf die äußeren Mauern und aus mehreren Richtungen, unter anderem auch von unten, denn Philipp II. lässt auch seine sogenannten Mineure an einem Stollen arbeiten, der ja quasi durch das Plateau getrieben wird und zum Ziel hat, das Fundament eines der Ecktürme zu erreichen. Sobald das geschehen ist, zünden die Mineure ihre Balken in dem jeweiligen Stollen an. Der Stollen bricht ein und idealerweise hofft man dann, dass man quasi genug des Fundaments dieses Turms untergraben hat und der Turm dadurch einsackt. In späteren Jahrhunderten gewinnt das natürlich nochmal zusätzlich an Brisanz, weil man da dann auch noch Schwarzpulver in die Stollen bringen kann und hier nicht nur eine absackende Wirkung hat, sondern wirklich eine Sprengkraft entwickeln kann. Nachdem dann die Gräben zumindest teilweise gefüllt sind, beginnt der eigentliche Sturmangriff. Hier versucht man vor allen Dingen wohl mit Sturmleitern die Mauern zu erklimmen, was schwere Verluste mit sich bringt, aber von Philipp wohl wohl wissend in Kauf genommen wird und es gelingen ihm gar gleich mehrere seiner vorgenommenen Taktiken, denn sowohl die Mineure sind erfolgreich und bringen einen der Ecktürme zumindest teilweise zu Fall und auch einigen der Soldaten auf den Sturmleitern gelingt es, die Mauern zu erklimmen, sodass sie dann sich den Weg zum Tor freikämpfen und dieses für die Verbündeten Franzosen öffnen können. Die Verteidiger ziehen sich dann entsprechend in den inneren Wall, also in die innere Burg zurück. Was jetzt die Übernahme der inneren Burg angeht, so gibt es gleich zwei Versionen. Zum einen heißt es in der Überlieferung, dass die Franzosen durch die Latrinen im unteren Hof eingedrungen seien und zum anderen, dass sie ein niedriges Fenster der Kapelle benutzt haben. Und diese Kapelle ist ganz nah an der Außenmauer gebaut, sodass also die hintere Wand quasi schon durch die Außenmauer gebildet wird und ja hier letztendlich also eine Unsicherheit in die ansonsten sehr stabile Wand hineingekommen ist. Und man hat Johann Ohneland auch dringend davon abgeraten, hier diese Kapelle bauen zu lassen, aber ja, er hat halt als König trotzdem gesagt, ich möchte das und dann wurde das eben gemacht, obwohl man anscheinend wusste, dass man hier letztendlich für einen möglichen Angriff dann eine ungeschützte Wand in Kauf nimmt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall führte das Ganze dazu, dass sich die Garnison am 6. März 1204 ergeben musste, wodurch letztendlich dann der Weg eben frei war für die Franzosen zur restlichen Eroberung der Normandie, was auch etwa im Juni 1204 erfolgt ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was passierte denn mit Roger de Lacy, der ja so erbittert Widerstand geleistet hat. Und hier heißt es, dass Philipp II. ihn nicht in Haft nehmen ließ, beziehungsweise die sofortige Auslösung erlaubt hat, die auch durch Johans Beisteuerung eines Teils des Lösegelds überhaupt zustande gekommen ist. Sie hat nämlich insgesamt 1.000 Pfund betragen, also 1.000 Pfund Sterling, was durchaus ein ganzer Haufen Silber ist. Und wie ich schon gesagt habe, ist Roger de Lacy auch später noch urkundlich belegt, weil er eben als Sheriff von Yorkshire und Cumberland in Erscheinung getreten ist und hiermit also auch von Johann noch belohnt wurde für seine Dienste. Ja, mit der Aufgabe von Roger de Lacy und seinen schätzungsweise noch 20 verbliebenen Rittern sowie etwa 120 Fußsoldaten endet diese mehrmonatige Belagerung. Und wir haben sie vor allen Dingen deswegen auch für diese Podcast-Episode ausgewählt, weil man fairerweise gerade auch durch die Popkultur immer wieder Einblicke in Belagerungskriegskunst erhält und es da häufig sehr spektakulär zugeht. Wenn man sich allerdings mal tatsächliche Belagerungen in der Geschichte anschaut, wird man feststellen, dass viele Belagerungen tatsächlich einfach dadurch beendet werden, dass entweder den Belagerten oder den Belagerern die Versorgung ausgeht, also dass es wirklich nur zu einer Einschließung der Stadt oder der Burg kommt und man dann letztendlich nur abwartet, wem zuerst die Nahrung ausgeht. Also eben weil, und das hatte ich ja angeführt, diese Sturmangriffe auch mit Einsatz von schwerem Belagerungsgerät hohe Verluste verursachen konnten, hat man häufig davor zurückgeschreckt, so das zu machen, was wir uns heutzutage unter einer klassischen Belagerung vorstellen. Und da sticht Chateau Gaillard schon auch ein wenig hervor und bietet halt gleichzeitig eine Vielzahl von Handlungselementen, die sicherlich spannend umzusetzen wären, eben auch dadurch, dass es schon ein gewisses Hin und Her gibt im Belagerungsverlauf, also auch, dass durchaus ein sehr potentes Entsatz her entsendet wird und Katharina hatte es ja auch sehr schön geschildert, dass die Persönlichkeiten oder die handelnden Figuren untereinander durch ihre lange Vorgeschichte auch ja durchaus ein persönliches Verhältnis zueinander haben, was sicherlich schön darzustellen wäre. Chateau Gaillard ist auch interessant eben durch seinen Status als eine sehr moderne Burg und auch der Belagerer Philipp II. ist durch seine Teilnahme am Kreuzzug sicherlich darüber informiert gewesen, was hier an Belagerungstechnik zum Einsatz kommt, denn wir haben zwar aus der Antike von den Griechen und von den Römern immer wieder auch Überlieferungen bzw. auch dann heute Rekonstruktionen von Skorpios, von Ballisten, von Onagaren und dergleichen. Für das Früh- und Hochmittelalter muss man allerdings sagen, dass viele von diesen Technologien nur noch kaum bekannt waren und in so kulturellen Grenzräumen, sage ich mal, zum Einsatz gekommen sind. Also so Onaga und Mangen als Katapult-Typen finden wir vor allen Dingen dann noch in Spanien oder auch in Italien, wo dann die Muslime oder auch die Byzantiner beteiligt sind, die ja im Vergleich dann zu Westeuropa, ohne jetzt hier den großen Topos aufzumachen, dass nach dem Ende der Antike alles verloren gegangen ist, aber gerade hier für den Bereich der Belagerungstechnik muss man das einfach sagen, dass da bei Muslimen und den Byzantinern sich weit mehr überliefert hat und entsprechend es hier eher dann zu dem Einsatz von Ähnlichem kam. Entsprechend waren halt vorher die Belagerungen dadurch bestimmt, dass man einfach Burgen eingeschlossen hat und gehofft hat, dass das Proviant ausgeht. Und zumindestens für Chateau-Gaillard, dadurch, dass hier die Beteiligten, oder dass viele der Beteiligten nicht nur auf Königsebene, sondern natürlich dann auch die Ritter und Soldaten mit auf dem Kreuzzug unterwegs gewesen sind, auf beiden Seiten hier sehr gut hochgerüstet wurde und man so gesehen von einer richtigen Belagerung sprechen kann, bei der es auch was zu inszenieren gäbe. Wer sich heutzutage mit Festungs- bzw. Burgenbau des 13. Jahrhunderts auseinandersetzen möchte, der kann auch einen Blick nach Gudelon werfen, diesem schon von uns mehrfach erwähnten Projekt der experimentellen Archäologie, wo seit den späten 90er Jahren eine Burg in Frankreich mit authentischen Methoden gebaut wird, denn dieses Projekt hat sich eben die Regentschaft von Philipp II. zur Vorlage genommen. Also wenn man hier mal wirklich nachempfinden möchte, wie vielleicht auch Chateau-Gaillard gebaut wurde, ist man bei diesem Burgenbauprojekt sehr, sehr gut aufgehoben und kann sich sicherlich einen Eindruck davon machen, wie das seinerseits stattgefunden hat. Und wenn wir schon bei abschließenden Betrachtungen sind, ich habe anfangs schon mal Eleonore von Aquitanien erwähnt, für die mit rund 81 Jahren der Fall von Chateau-Gaillard sicherlich ein herber Schlag war, denn sie hatte eigentlich zuvor mit Johann Ohneland ein diplomatisches Meisterstück geschaffen, einen Vertrag, der beiden die Herrschaft über Aquitanien zuschreibt, zuschreibt allerdings so geschickt, dass Philipp II. quasi kein Interesse an Aquitanien hatte, was nach ihrem Tod 1204 dann allerdings hinfällig war und dazu geführt hat, dass Philipp sich auch Aquitanien angeeignet hat. Johann hatte dem Schlag von Philipp nichts mehr entgegenzusetzen und ja, das Ganze endete damit, dass er, wie sein Titel ohne Land oder Lackland schon vermuten lässt, einen Vertrag oder beziehungsweise einen Waffenstillstand 1206 unterzeichnen musste, der den Verzicht des ganzen Besitzes der Plantagenets auf das Gebiet der Normandie, Anjou und weitere Gebiete beinhaltet hat. Interessanterweise konnte Johann Aquitanien schlussendlich sogar behalten und auch die Gascogne hat sich aber in der Folge nicht mehr weiter um diese Gebiete bemüht. Für Philipp hatte das ziemlich gute Konsequenzen, denn er war inzwischen der mächtigste unter den französischen Herrschern und konnte somit seine Vasallen, die vorher durchaus immer wieder auch gegen ihn rebelliert haben, einiges an Macht entgegensetzen und so letztendlich seine Königsherrschaft auch viel stärker in die Tat umsetzen. Zum Abschluss haben wir noch einen Aufruf an euch, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wird Ende März ein zweiter Downton Abbey Film in die Kinos kommen und wir würden sehr gerne eine Episode dazu machen. Wir sind beide nicht so bewandert im Bereich des britischen Adels von 1920 bis 1939 und sind daher auf der Suche nach einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin. Wenn ihr da jemanden kennt, der sich explizit mit dem britischen Adel auskennt und quasi eine historische Einordnung zu Downton Abbey bieten kann, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns Vorschläge schicken könntet. Das Ganze könnt ihr natürlich über unsere gängigen Kanäle machen. Ihr findet uns ja auf Social Media unter anderem auf Instagram und Facebook. Wenn ihr kein Social Media habt, dann nutzt doch einfach unsere Webseite epochentrotter.de und das dortige Kontaktformular oder schreibt direkt eine E-Mail an kontakt-at-epochentrotter.de. Da sind wir natürlich auch froh über alle weiteren Themenideen und euer Feedback. Lasst uns das gerne da und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao! Auch von meiner Seite noch abschließend, macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao! Und da wird Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020